Hallo Entdeckerfreunde, heute geht es um Staub-Explosionen. Ja, ich möchte heute mal Staub-Explosionen ausprobieren und ich habe mir verschiedene Sachen rausgesucht, die ich mir genauer anschauen möchte. Und fangen wir doch gleich mal an. Das waren alles Sachen, die ich schon zu Hause hatte, bis auf eine. Und zwar hier aus der Küche Mehl, Stärke, Stärkepulver, dann habe ich noch gefunden Sägemehl und, das habe ich mir aus der Apotheke besorgt, Bärlappsporen. Und ich möchte jetzt erstmal schauen, sind diese Sachen brennbar, wenn ich direkt mit der Flamme draufhalte. Und dazu nehme ich ein bisschen davon auf den Esslöffel und halte eine Brennerflamme drauf. Schauen wir mal. Ich fange mal an mit dem Sägemehl. Das sind ja kleine, feine Holzspäne, die entstehen, wenn man sägt. Und ich habe eine Kreissäge mit einem Staubsauger dran, sodass ich die schön auffangen kann. Ein bisschen kommt jetzt hier auf meinen Esslöffel. Dann habe ich hier meinen Küchenbrenner mit der sehr heißen Flamme und dann schauen wir mal, was passiert. Seht ihr, was passiert? Die brennen an, kokel so ein bisschen weiter, glimmen, aber so richtig brennen, tun die nicht lange, weil die Oberfläche sofort verkokelt ist und nicht weiter brennen kann. Als nächstes probiere ich mal das Mehl. Was das macht, wenn ich mit dem Brenner draufhalte. Kleine Menge auf den Löffel und Flamme dran. Auch das kokelt an, wird schmal schwarz, glüht auch auf in der Flamme und qualmt und stinkt ganz ordentlich. Mein Tipp, wenn ihr das zu Hause nachmacht, macht es draußen. Aber es qualmt und stinkt, aber es brennt nicht. Das nächste Pulver ist das Stärkemehl. Na, dann nehme ich mal einen Löffel. Und schaue mir an, was in der heißen Flamme damit passiert. Nicht viel, auch das kokelt an, glüht in der Flamme ein bisschen auf und qualmt ein bisschen nach. So ähnlich wie das Mehl. Der Qualm riecht ein bisschen angenehmer, finde ich. Als letztes kommen die Bärlapssporen. Die habe ich mir aus der Apotheke besorgt. Das ist ein ganz feines Pulver. Das ist noch feiner als das Mehl. Und sieht so ein bisschen gelblich aus. Die Sporen von der Bärlapspflanze. Und auch die will ich mal unter die Flamme halten. Hups. Seht ihr, was hier passiert? Das brennt kurz auf, solange die Flamme da ist, löscht aber dann von selbst wieder. Lustiger Effekt. Jetzt möchte ich noch mal was anderes ausprobieren. Stichwort Staub-Explosion. Ich möchte diese vier verschiedenen Pulver durch die Flamme pusten. Und schauen, ob die dann doller brennen als auf dem Löffel, wenn ich die Flamme direkt drauf halte. Dazu habe ich hier eine Kerze. Und das Pusten mache ich mit einer Pipette. Ihr kennt hier meine Einweg-Pipetten. Und die schneide ich mir jetzt mal ab, sodass die Öffnung vorne größer wird. Ich fange wieder an mit dem Sägemehl und versuche mal ein bisschen davon in die Pipette reinzufüllen. Vielleicht kann man es ansaugen. Mal schauen. Das geht nicht wirklich gut. Deshalb steche ich mal so ein paar Mal hier rein und hoffe, dass ein bisschen von dem Sägemehl in der Pipette landet. Und das funktioniert tatsächlich. Ich habe jetzt so ein Zentimeter Sägemehl in der Pipette. Und jetzt hoffe ich, dass ich das da rauspusten kann, indem ich hier auf den Pipettenball drücke. Ich mache es von hier, von mir weg natürlich. Wer weiß, was passiert. Und puste das mal einfach durch die Flamme. Nichts passiert. Ich probiere es nochmal. Weil bei der Staub-Explosion denke ich ja, das fängt dann an zu brennen, wenn ich das fein verteile und durch die Flamme puste. Passiert aber nicht. Das Sägemehl ist also ziemlich harmlos. Als nächstes probiere ich das Mehl, wie sich das verhält, wenn ich das direkt in die Kerzenflamme reinpuste. So, ich habe jetzt einen guten Zentimeter Mehl hier reingetan und puste das mal da durch. Schauen wir mal, was passiert. Nicht wirklich viel. Ich höre aber so ein leichtes Fauchen. Das hört ihr wahrscheinlich nicht im Video. Es könnte sein, dass so ein paar Mehlkörnchen Feuer fangen. Es faucht leicht, aber keine schlimme Flamme. Nichts Böses. Als nächstes das Stärkemehl. Auch das versuche ich mal durch die Flamme zu pusten. Das faucht schon ein bisschen mehr, aber eine Stichflamme ist das nicht. Also von den drei Pulvern bisher ist das Stärkemehl vielleicht das, was am besten geht für eine Staub-Explosion. So, als letztes die Bärlapp-Sporen. Auch die versuche ich mal hier reinzuschieben und zu saugen. Mal gucken, ob das klappt. Und die puste ich auch mal durch die Flamme. Das faucht schon ganz ordentlich. Und gibt eine schöne kleine Stichflamme. Ich probiere es nochmal. Ja, die Bärlapp-Sporen machen eine schöne kleine Staub-Explosion. Hier in so einer kleinen Pipette könnt ihr das im Zimmer machen, auf einer feuerfesten Unterlage. Diese Bärlapp-Sporen enthalten nämlich ein ätherisches Öl und das ist brennbar. Und gleichzeitig sind die eben super fein. Und sobald ich die verteile, fein zerteile, durch die Flamme puste, gibt es eine ordentliche Stichflamme. Und das Gleiche, was ich jetzt hier mit der kleinen Pipette gemacht habe, mache ich jetzt nochmal im Großen draußen. Dazu habe ich mir überlegt, dass ich die Pulver in einen Trichter fülle. Vorher kommt ein kleiner Wattestopfen drauf. Und mit einer Pumpe und einem langen Schlauch das Ganze zerstäube und an einer Flamme vorbeipuste. Schauen wir uns das mal draußen an. Musik 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 Ja, was wir hier sehen, ist so ähnlich wie das, was wir im Kleinen mit der Pipette gesehen haben. Das Sägemehl funktioniert am schlechtesten. Das Mehl so ein bisschen, das Stärkemehl brennt ganz ordentlich. Und die Bärlapp-Sporen machen eine richtig schöne Staub-Explosion. Dieses Experiment dürft ihr natürlich nicht alleine machen, sondern nur gemeinsam mit den Großen. Das ist nämlich nicht ganz ungefährlich. Ja, wenn ihr Spaß am Experimentieren habt, schaut nächsten Sonntag wieder zu. Nächsten Sonntag gibt es ein neues Experiment auf dem Entdecker-Lab-Kanal. Und bis dahin sage ich Tschüss. Musik 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 Musik